So Jungs, Frühstück. Frisch geschälter Ei. Da, 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 da geht los. Hallo. Ja, hallo. Kollege, Kollege. Das ist Sport. Wir haben Sport draus gemacht. So viel zum Ei. Ei muss lecker schmecken. Das muss lecker sein. Du legst vorbei, aber das ist egal. Sport geht weiter. Ob die noch hungrig sind? Vermissen.